Am Landgericht Zwickau beginnt am Donnerstag der Prozess um die Baukosten des B93-Tunnels. Die Stadt fordert zusammen mit einer Projektgesellschaft derzeit rund 2,7 Millionen Euro von der bauausführenden Arbeitsgemeinschaft. Diese hatte im März 2009 eine erste Schlussrechnung vorgelegt, die die Stadt Zwickau jedoch zurückwies. Sie sei weder nachvollziehbar noch vollständig gewesen. Die Kostensteigerung ist nach Ansicht der Stadt nicht nur baubedingt. Im Rathaus spricht man auch von einem unkoordinierten Management. Wie lange der Rechtsstreit dauern könnte, vermag zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand zu sagen.